Diese Liebe war nicht für die Ewigkeit bestimmt. Im vergangenen Februar war Loughlin Ennebechi, 26, hochschwanger vor den Traualtar getreten, um ihrem Partner Toni Weigel das Ja-Wort zu geben. Nur knapp einen Monat später konnte die einstige Germany's Next Topmodel-Siegerin ihren ersten Sohn Levi auf der Welt begrüßen. Doch rund ein Jahr nach ihrem Liebesglück ist nun alles aus und vorbei. Loughlin und Toni sind nicht mehr zusammen. In einer Fragerunde auf Instagram wollen einige Fans von der Hamburgerin wissen, wie es um ihre Ehe stehe. Offenbar kamen so viele Fragen, dass sich das Model gezwungen sah, ein Statement abzugeben. Ja, wir sind getrennt. Levi und ich sind vor einigen Monaten ausgezogen, erklärt Loughlin und fügt hinzu. Ich bin eine stolze, alleinerziehende Mutter. Dennoch sehe Levi seinen Papa regelmäßig. Die Gründe des Liebesaus wolle die 26-Jährige allerdings zunächst für sich behalten. In einer weiteren Story verrät Loughlin zudem, dass sie die Trennung erst einmal verarbeiten müsse. Ich bin nicht unglücklich. Aber es gibt echt Tage, an denen ich einfach super traurig und alleine bin, gesteht das Model. Dankbar sei sie vor allem für ihren Sohn Levi und ihre Familie. Dankbar sei sie vor allem für ihr.